Hallöchen ihr Lieben, was ihr kommt in The Headshot! Hier ist es wieder dunkel bei meinem Zimmer, weil ich jetzt schlafen gehe. Ich habe schon trainiert. Ich war schon wieder richtig fleißig heute. Ich habe wieder Sport gemacht und ich bin jetzt gerade dabei mein Bett abzuziehen und gleich ins Bett zu gehen. Und ihr seid wahrscheinlich alle noch bei der Lori beim Video. Die hat ja heute was cooles zu verkünden. Hallöchen ihr beiden, die mir gerade zugucken. Hallöchen, wir kommen Headshots Leute! Ja, wir gehen feiern mit euch. Wir gehen feiern mit euch. Genau mit euch allen. Und wir freuen uns total darauf und wir hoffen, dass ihr uns ganz viele Nachrichten schreibt und ganz viel kommentiert und uns Likes gebt. Und uns damit zeigt, dass ihr unbedingt wollt, dass wir mit euch feiern gehen wollen. Ja, jetzt hätte ich mich hier fast verbrannt an der wunderschönen Kerze. Hallo Abos, hallo Emanuel, hallo Muhammad, hallo Sascha, hallo Phil, hallo Emanuel, zweimal Emanuel. Okay. Ah, jetzt kommt wieder Werbung, würde Werbung. Kannst du die Werbung? Dann machen wir aus. So. Hallöchen ihr Lieben. Die Lori hat ja eben schon gestreamt und sie hat ja euch verkündet, dass wir mit euch feiern gehen wollen. Und, ähm, ich will nochmal sagen, ich bin voll dabei, ich freue mich voll, wenn wir irgendwie mal zusammen starten könnten alle mal. Haben wir ja schon oft gesagt, dass wir mal irgendwie in Berlin, Leute, die von euch in Berlin wohnen, schreibt uns einfach. Schreibt uns eine PN, schreibt uns unter das Video. Ich bin immer noch ein bisschen verschwitzt vom Sport. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch da irgendwie mal so ein bisschen bemerkbar macht. Und, ähm, ja, genau. Hallo Mohamed, hallo Abbas, äh, hallo Lukas, hallöchen, hallo Isa, hallo Kev, hallo Kati, tach, hallo Mesut. Ähm, wow. Viele, viele, viele Hallos gerade. Ich sag mal Hallo zurück an euch alle. Äh, mir geht's super, mir geht's sehr gut. Ich war halt bei Blockhouse. Ich liebe Steak, müsst ihr wissen. Ich liebe Steak. Und ich liebe Steak, was Medium ist. Ach, könnte ich nicht wirklich reinlegen. Ähm, noch eine Bitte an euch. Wir wollen wirklich, wir haben diesmal jetzt wirklich vor, mit euch feiern zu gehen. Wir hatten es ja schon oft mal verkündet. Aber irgendwie hat sich immer keiner von euch gemeldet oder so ein paar Einzelne. Nur, wir wollen wirklich in eine riesen Gruppe mit euch feiern gehen. Also Leute, wenn ihr in Berlin seid, wenn ihr hier wohnt, wenn ihr hierher zieht, wenn ihr Bock habt, einfach mal kurz mal durchreisen, feiern zu gehen, dann meldet euch bitte, bitte bei uns. Ähm, wir wollen nämlich einen riesengroßen Livestream machen, mit euch allen zusammen. Und an dem Tag auch feiern gehen. Von daher, ähm, ja, ist das unser Plan. Und wir hoffen, es trommeln sich hier ganz viele Menschen zusammen. Hallo Thorsten, die Kathi ist dabei. Hammer. Hammer, Kathi. Ähm, an Neidete. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wir wissen noch nicht genau wo, aber ich würde mal sagen, uns fällt da was ein. Ähm, ich denke, wir werden vielleicht irgendwie was gehen, was so mehrere Floors hat, wo jeder auf seine Kosten kommt. Der Musik und, ähm, ja. Ich hoffe, hallo Markus, hallo Felix. Ähm, der Felix wohnt in Berlin. Yeah! Felix wohnt in Berlin. Yeah! Dann können wir nämlich alle zusammen mal feiern gehen. Und, ähm, genau. Hallo Dana. Ähm, Lori, lieber Joan, die ist auch hier beim Streamen, aber nicht mehr jetzt. Ich weiß nicht, ob sie noch streamt. Keine Ahnung. Ich kann ja mal nachgucken. Da ist das berühmte Laptop von mir. Da kann ich ja mal gucken, ob die Lori noch streamt. Ich bin mal am Schauen. So, gucken wir mal. Da bin ich und die Lori. Die streamt nicht mehr. Aber die wird morgen wieder streamen, die Lori. Und, ja, Leute, ich freue mich ganz doll, wenn ihr euch zahlreich meldet. Hallo Laura. Ähm. Wow, voll cool. Berlinale. Hammer, Thorsten. Hammer. Ja, äh, ich würde gerne mitkommen. Ich weiß bloß nicht, ob ich an dem Tag kann. Um wie viel Uhr ist denn das? Schreib mir einfach mal eine PN oder so. Ähm. Hallo Janu. Hallo Tommi. Hallo Markus. Ja, gerne, Robby. Wenn du mit mir Sport machst. Jetzt nicht Sport. Vielleicht den anderen hier denken. Ich mach wirklich, 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 wirklich Sport. Ja, da kommt wieder Musik. Da kommt wieder Musik. Hammer. Und dann auch noch mein Lieblingslied. Also, eins meiner Lieblingslieder. Wartet, Leute. Wartet, wartet, wartet. Jetzt habt ihr mal ein Lied gehört, was ich richtig Hammer finde. So. Genau, Leute. Ich mach jetzt auch nicht mehr so lange. Weil ich bin echt fertig. Ich glaub, das sieht man mir auch schon wieder an. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend. Ähm. Ab wieviel Jahren darf man mit euch feiern? Na, ab soviel Jahren, wie du in den Club reinkommst. Weil, ach, das ist doch ein bisschen laut. Weil, äh, es ist ja ab 18. Und, äh, ich denke, sobald du 18 bist, kannst du auch gerne mit dir in den Club reinkommen. Also, wie du Bock hast? Lieber Felix, wie alt bist du denn? Ähm. Markus Verdach in Berlin. Perfekt. Dann sind wir jetzt schon mal. Ähm. Ich glaub, es sind vier Leute, die gesagt haben, dass sie dabei sind. Ähm. Dankeschön, Dominik. Ich heiße Elli. Und komm aus Berlin. Hallo, Reni. Äh. Ich bin 20 Jahren. Und am Sonntag, am Sonntag, glaub ich, am Sonntag werd ich 21. Und dann werd ich auch einen Livestream machen. Ich werd feiern gehen und ich werd dann auch mal live gehen zwischendurch. Und genau. Ähm. 23 Kno wieder joggen gehen. Oh. Ich glaub, bei 20 könnt ich noch mithalten, aber die letzten drei würden mir, glaub ich, den Rest geben. Oh Gott. Ähm. Zu viele Kommentare. Das Lied ist von Michael Moore und Ryan Lewis und heißt Arrows. Die Pfeilen auf Englisch. So, singen sie's. Genau. Es kam 2014 raus. Warte, ich halt's rein. Warte, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. So. Rein. 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 Hihi. Da. 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 Das ist voll geil, das Lied. Ich liebe das. Voll. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Na, jetzt. Jetzt blenden sie's ein. Ach, verdammt. Schon wieder weg. Auf jeden Fall ist Arrows. Äh. Von Ryan Lewis und Michael Moore. Und ja. Ich liebe das Lied. Genau. Ähm. Ähm. Äh. Thorsten, das können wir gerne machen. Ja. Jetzt kommt wieder neue Musik hier. Ähm. So, Leute. Ich werd langsam ins Bett gehen. Ich wollt mich nur mal kurz melden. Und sagen, dass ich unbedingt dabei sein möchte beim Feiern mit euch zusammen und der Lori. Und ich freu mich ganz doll auf euch alle. Ja. Dankeschön, Dominik. Auch liebe Grüße aus Berlin an dich. Ähm. Ähm. Oh. Ja. Dann joggen wir halt 15 Kilometer. Genau, Robi. Hallo, Richard. Dankeschön, Philipp. Ich bin immer gut drauf, Andreas. Ach nee, Andreas. Sorry. 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 Ich hab mich verlesen. Ihr wisst ja, meine Augen sind nicht mehr ganz so gut. Deswegen trau ich noch eine Brille auf Arbeit. Ich bin in der Brillenschlag. Dankeschön, Armit. Ähm. So, Leute. Ja. Ich geh jetzt ins Bett, lieber Michael. Ich geh jetzt ins Bett. Ich hab ja vorletzte, ähm, vorletzte Nacht um drei Stunden geschlafen. Von daher, äh, ich werde jetzt ins Bett gehen. Und, äh, vorher noch kurz duschen, weil ich bin immer noch vom Sport verschwitzt. Und ihr wisst ja, gestern hab ich einen Stream gemacht, wo ich echt fällig aussah. Also von daher. Ich sag schonmal Tschüss und wir sehen uns morgen wieder. Tschö. Tschö.